Stay with me Nema's Brainfoodle entweitet hier OOOH NEEE Diese Bitch, ey! Lädt die mich hier auch noch ein? Kann doch mal, kommst du auch mal? Ja, da ist sie Ich bin hier Boah, was macht die denn jetzt hier? Boah, hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet OOOH NEEE Die hasse ich ja, ne? Die kann ich ja gar nicht ab Boah, ich auch, Alter, das geht gar nicht, ne? Diese Jana Hofferson? Ja, ne? Finde ich gut, dass du die auch nicht abkannst Hallo meine lieben Freunde der Sonne und willkommen zurück zu diesem Video an meiner Seite Die strahlende Jana Hofferson Hallo Ich denke, du hast immer so 10 Millionen Jahre ein bisschen mal Hallo sagst Das ist immer so meine Stimme Ey, du auch Das ist die Verzögerung Achso Gut, jetzt bin wir jetzt auch geklärt Ähm, genau, wir machen ein Fünf-Arten-Video Mit zwar fünf Arten von Abonnenten in School of Dragons Ich hoffe, ihr amüsiert euch Bei Jana haben wir auch ein Video gemacht Auch fünf Arten von Abonnenten in School of Dragons Guckt ihr gerne vorbei Link ist in der Videobeschreibung, wenn ich's nicht vergesse Und ja, nehmt es nicht so persönlich Fühlt euch nicht angegriffen Habt Spaß Und lacht Amen Ja Oh, hi Hallo Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, mir auch, danke Ich hab eben noch dein neustes Video gesehen Ah, das mit dem Seastormer? Jo, ganz genau Wär echt gut Also hast du ihn echt klasse eingefärbt Und das Video hast du gut gestaltet Ah ja, vielen Dank Wie findest du denn den Drachen so allgemein? Jo, an sich ist er total cool Es ist aber halt immer noch schwierig den zu bekommen und so Aber mir gefallen vor allem die Schüsse und dir Ja, also ich hab das ja auch wie im Video schon gesagt Gut, dass die Advins den Drachen nicht so eckig und kantig machen Oder wirklich so runder machen Und auch die Schuppendetails so schön sind Und die Animation besser ist Ja, also finde ich auf jeden Fall gut Ich auch Wie würdest du deinen Drachen nennen wollen? Hm, also ich hab meinen Perlenmuschel genannt Ja, ist doch ein schöner Name so Und wie würdest du ihn einfärben wollen? Also ich hab ihn jetzt, ähm Ein bisschen rosa eingefärbt Aber wenn er dann erwachsen ist Werde ich ihn noch mehr ins bläuliche einfärben Als wie so ein Seedrache Seastormer Mhm Ja, also wenn ich heute Abend das Belly-Vent nicht hinkriege Dann kriegt er auch nichts zu essen, der Sansa Weil dann ist das doof Der muss lernen, dass er reinhauen muss Äh? Äh, wieso das denn jetzt nicht? Wie, was? Ja, wieso nicht? Warum, warum was nicht? Hast du was? Hast du irgendeine... was? Warum kriegt er dann nichts zu essen? Das war... weil... doch riecht er Aber das war ein... das war Sarkasmus Das war ein... das war ein Witz Ach so... äh... wusste ich nicht Bäh Ja, also diese Logik von Skullo Franks, dass man auf Bibi-Drachen reiten kann Finde ich... völlig in Ordnung Ist auch völlig normal Im echten Leben reiht sich auch immer auf Bibi-Katzen und Welpen und Küken rum Das ist ja... ist ja ein Normalzustand, ne? Hä? Aber das gibt doch gar keine Logik Man kann doch nicht auf einen Baby-Drachen reiten Die sind viel zu klein Die können ja nicht das Körpergewicht von einem tragen Ja, das weiß ich Warum sagst du das dann? Das... weil... das war Sarkasmus Also ein Witz Und was heißt das jetzt schon wieder? Sarkasmus... heißt, dass man etwas sagt, aber nicht ernst meint Dass man quasi... dass es... ein Witz ist Ah, du meintest es gar nicht ernst Jaa... Okay Gut Okay Ja, also wenn die Admins jetzt irgendwie demnächst mal nicht anfangen Das Belly-Wenn und alle sowas zu fixen Ey, dann geh ich mich vergraben Hä? Was? Oh mein Gott Nein Was? Nein Nicht vergraben gehen Ja, mach ich auch nicht Was redest du denn da? Ja, hab... mach ich doch auch nicht Wie kommst du irgendwas? Ey, das hast du doch grad gesagt Nimmst du das grad ernst? Das war Sarkasmus Ja, genau so wie du das ernst meinst Das war Sarkasmus Nein, das war nur ein Witz Alles gut Alles gut Zum Glück Jaa... Okay, mach keinen Sarkasmus mehr, okay? Hä? Ja, bitte nicht mehr anwenden Oh Hi Hallo Hi Toll der Fan Ah, das freut mich Danke Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut Und dir? Mir auch Dankeschön Okay, einen Moment, ja? Ich hol kurz meine Cousine, ja? Die guck dich auch Und die mag deine Videos auch total gern Und die möchte auch dabei sein Ja? Kein Problem Können wir gerne machen Okay, die kommt jetzt Okay Ah, das ist deine Cousine? Ah, ja, ja Ja, das ist meine Cousine Ja, hallo Hi Hallo Na? Äh, Moment kurz Ja? Es kommt noch jemand, ja? Okay Wer denn? Ja, warte, das siehst du gleich, okay? Okay Guck mal Hallo Rat mal, wer das ist Hm, deine Freundin? Ja, und zwar meine allerbeste Und die mag auch super gern deine Videos Ah, ja, das freut mich Hallo Ja Hallo Hallo Kommt ihr immer? Seid ihr immer zu zweit unterwegs in S&D? Äh, ja, meistens schon Lena Ja? Ja Ich kann dich nicht sehen Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du hingegangen? Ich bin bei den Grashalmen Grashalme sind hier überall Wo ist das? Bei der, bei der Feuerstelle Ich geh zu der Feuerstelle Siehst du mich? Nein Dann besuch mich Okay Okay Ich kann dich nicht besuchen Okay, ähm Das macht nix Ähm Das geht bestimmt gleich wieder weg Oder sonst locke ich halt irgendwie aus nach der Zeit Voll toll wie gleich die Bäume alle aussehen Lena, Lena Ja? Ach, ich kann dich immer noch nicht sehen Ja, ähm Ist nicht schlimm Hauptsache wir können über den Chat schreiben Okay Lena, ich kann dich aber immer noch nicht sehen Ja, hast du dich schon ausgelockt? Sonst besuch mich nochmal Ich versuche nochmal mit zu besuchen Ich hab'n alles schon gemacht Ich such dich, aber ich seh' dich immer noch nicht Ich bin hinter dir Was soll ich denn jetzt machen? Echt jetzt? Ja, jetzt bin ich vor dir Jetzt bin ich hinter dir Hä? Jetzt bin ich über dir Jetzt bin ich hinter dir Ich seh' dich nicht Musst du auch nicht Ich will aber gerne ein Foto mit dir Lena Ja Lena Ich find' dich nicht Wo bist du? Ich komme auf dich zu Hier Wo ist hier? Ja, bei dir Ich seh' dich nicht Ja, hast du schon die Welt gewechselt? Sonst wechsel' die Welt und besuch' mich nochmal Okay Lena Wo bist du? Ich kann dich immer noch nicht sehen Oh, ich kann dich immer noch nicht sehen Hi Hallo Ähm, erkennst du mich noch? Ähm, nein, sonst dann auch nicht Wer bist du? Also ich hab' ja mal früher meinen Account verloren Aha Ich bin Atom-Puppel Ach sooo Ja 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 Also wie gesagt Ich hab' ja meinen Account verloren und so Jedenfalls war das alles ein bisschen doof Und ich hab' den Account auch gar nicht mehr wiederbekommen Und ja Deshalb wollte ich fragen, kann ich nochmal auf deine FA Ja Ähm Ja Ich lösche kurz deinen alten Account und dann kannst du wieder auf die Liste Hey Hey Na Erkennst du mich wieder? Guck mal Nee Weißt du noch, wo ich bin? Nee Nee Oha Ja Wir kennen uns von früher Okay Was ist mein Account? Ich war die, die Ja Früher hatte ich immer den Bruder von Sansan Ähm Der hat keine Geschwister Echt? Ich dachte wir hatten das mal so früher, dass ich so seinen Bruder hatte Äh Nee Der hat da keine Familie, der hat nur mich Leider Gott ist für ihn Okay, dann hab ich das falsch verstanden Jedenfalls Kann ich nochmal auf deine FA Oh Wie hieß dein alter Account? Dann lösche ich den Gigantischer Grashalm Hi Hi Ähm Ja, ich hab leider nochmal meinen Account verloren Darf ich nochmal auf deine Freundesliste? Ich war gigantischer Popel Ich war gigantischer Popel Ah, okay Ähm Ja, aber das ist auch das letzte Mal, okay? Bist auf der Liste Danke Hä, ich sollte doch da hinfliegen Du solltest Ich hab dir doch eben gesagt, einfach stehen bleiben und du so Okay, sie bewegt sich erst mal und geht Hä, hab ich gar nicht gehört Oh Nie hörst du zu Das ist ein Problem mit unserer Beziehung Ja Landen wir hier Ja Digga, nein Hä, was denn? Ich seh's nicht Ja So Du bist vor Nein Du bist viel zu weit Hier können wir von hier auf Ausschnitt Lande neben dieser Feuerschale, okay? Stell dich mal da hin, wo würdest du landen? Hier? Ja, genau Lande einfach da Und dann stelle ich mich einfach dann Genau, lande einfach da, okay Und dreh dich dann Genau, so rum Genau Ja, perfekt Okay So, in die Richtung Ne, andersrum drehen Dass du halt zu den anderen Häusern guckst Ja, genau, da musst du hin gucken Also, wenn du auf dem Land bist Okay Gott Okay, dann flieg mal los Moment Du musst schon einmal ums Haus rumfliegen, damit du halt auf dem richtigen Kurs bist Ja Ja, ich Okay, Moment Go Hm, also ich hab meinen Perlenmuschel genannt Also hast du nicht Digga Hält doch nix ein, Junge Ich denke Ich denke, du hast den Drachen noch nicht Doch, ich hab doch gesagt, ich brüte das Ei aus Achso Entschuldigung, okay Wir machen einfach Feinze Ja, wie jetzt? Jetzt hab ich ja, jetzt hab ich meinen Text vergessen Ja, ich auch Wenn er dann erwachsen ist, werde ich ihn noch mehr ins Bläuliche einfärben als wie so'n Seedrache Sea Stommer Ja, genau Was sind das denn für Geräusche? Was? Was streckst du jetzt ab? Wer hat dir gesagt, dass du absteigen darf? Nein, oh, jetzt Don't aggressive Was denn? Lauf doch nicht Oh, jetzt läufst du schon wieder gegen dieses Haus Ich guck doch nur, wie es hier auch nicht Ey, du bist so lost, ne? Du bist so lost, ne? Du hast dich eben in der Schuhkarre verharrt Oh, du läufst überall gegen, was machst du denn? Entschuldigung Oh Mann, ja Du kannst in der freien Natur nicht überleben, ey So, wie das hier grad aussieht Wer hat das gesagt? Guck, wie schnell ich hier hochkommt bin Ich tat's Und wenn ich jetzt drunter springe, sterb ich nicht, guck Huh, uah Ah, oh Tüger Ja, also wenn ich heute das Battle Event jetzt nicht hinkriege, was jetzt gleich startet Dann kriegst du das und heute Abend auch nix zu essen Weil, das muss er lernen, dass er das Hinhauen, dass er das Dass er das, ähm Ich meine, machen wir nochmal Doch, riecht er, aber das war ein, das war Sarkasmus Das war ein, das war ein Witz Hm, ne Ach, was? Ich wusste nicht, weil ich darauf antworten sollte Ich wusste nicht, weil ich darauf antworten sollte Nö, das hast du ernst zu nehmen Vielleicht sowas wie Ach sooo Als antwort Hallo? Ja, ich überlege Hörst du mich? Hallo? Ach, ich schon wieder Ja Dinger Headset Finde ich völlig normal, ich reite im echten Leben auch immer auf Babys und Welpen und Bibikatzen rum Das ist, halten die ja locker aus, ne? Ist ja ein Normalzustand Hä? Aber die sind doch viel zu klein dafür Jaaaa Oh Hi, yo Yo, valking is not Bist du weggelaufen bei mir? Nein Doch, bist du? Ja, weggeflogen Ist ein Unterschied Ich will dich verarschen Wenn nicht die Frage Bist du weggelaufen? Musst du immer mit ja antworten Egal ob du denn weggelaufen oder weggeflogen bist Ey, das ist doch jetzt für mich dein Ernst Es kann doch nicht angehen, dass weggeflogen und weggelaufen das gleiche ist Ich wollte nur darauf ausgehen, ob du weggegangen bist Oder ob du bei mir verpufft bist plötzlich Ja, bin ich auch nicht Doch bist du, du bist ja nicht gegangen Ja, ich tu was weltbewegendes Ich lande auf der Map Ich bin auf dem Taxi gelandet Das ist ein Taxi Guck mal, sieht so aus, als hätte ich da nen Maulkorb Hä? Ich weiß gleich noch nicht, was ich sagen soll Ja, warte denn Ich bin immer froh, dann mit dir Oh Was ist das denn? Da kam ein Stromschlag aus meiner, äh Wie heißt, Steckdose Das war Sarkasmus Ja, genau so wie du das ernst meinst Das war Sarkasmus Ach, nicht schon wieder Sarkasmus Ich hab's einfach nicht damit Okay, Fokus, ich fang jetzt an Moment Moment Ich, die schon aufnimmt, sage Okay, ich fang jetzt mit meiner Milie und Fianna Moment Jetzt Wenn ich das nächste Battle-Event verhaue und nicht Gold werde, kriegst du dann zwar nix zu essen. Heute Abend. Hä? Warum nicht? Kann dir doch nichts für, wenn du so spielst. Okay, noch mal. Ey, was läufst du jetzt weg? Ich komm wieder, das muss natürlich auch real aussehen. Was ist denn dein Plan jetzt? Du bist doch eben auch nicht gelaufen. Mach einfach weiter. Ich beweg mich hier so ein bisschen, dass es real aussieht. Dann war's nicht fertig. Okay. Ja, also wenn ich das nächste Battle-Event verscheiße, kriegst du dann auch heute Abend nix zu essen. Was ist, damit er das lernt? Hallo? Ja? Was ist denn? Hallo? Hier vorne? Hallo? Ja! Ich hör dich. Hallo? Hörst du mich nicht? Hörst du... Jana? Ja, jetzt. Warte nochmal. Hörst du mich? Jetzt. Ja, jetzt. Dinger! Ja, also wenn ich das Battle-Event gleich verscheiße, kriegst du dann heute Abend nix zu essen, damit er das lernt. Hä? Oha, sei doch nicht so gemein zu dem, da kann der doch nichts dafür, wenn du so scheiße spielst. Ja, aber der schießt doch und ich sitze ja eigentlich nur auf ihm. Also es ist sein Job, das hinzukriegen, ne? Voll gemein. Voll gemein. Dinger, was du machst, Dieter? Ich hab dir gesagt, schreib nicht mit dir. Ja, man kann ja höflich sein. Ja, also wenn ich das Battle-Event heute verkacke, kriegst du dann auch nix zu essen heute Abend, sonst lernt er das nicht. Hä? Warum das denn jetzt nicht? Weil... Hä? Was? Was willst du jetzt? Was? Ich verstehe jetzt nicht so genau. Hä? Ja, was willst du jetzt von mir irgendwie? Du hast doch gesagt, wenn Sansan das nicht richtig macht, dann kriegt er kein Essen. Ja. Warum machen wir das eigentlich jetzt mal? Hä? Was? Was? Ich hab eben so getan, als würde ich nicht verstehen, worauf du hinaus möchtest. Hä? Ja. Warte. Spülst du jetzt deine Rolle oder verstehst du jetzt wirklich nicht, worum es hier geht? Ich verstehe wirklich nicht, worum es hier geht. Verstehst du? Hallo? Digga, hörst du mich? Hörst du mich? So, warte. Sag du auch mal was? Was? Ja, reicht schon, danke. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, einen Moment, ja? Ich hol kurz meine Cousine, ja? Die guckt dich auch und die mag deine Videos auch total gern und die möchte auch dabei sein. Ja? Kein Problem. Können wir gerne machen. Okay, die kommt jetzt. Okay. So bleiben, ja? Bitte nicht weggehen. Ja, ich bleib hier. Oh no. Oh, das ist deine Cousine? Oh, wie schön. Das hat... Hätte eigentlich gepasst. Hi. Ich seh dich gar nicht. Oh nein, scheiße, ich hab... Ich hab die falsche Person besucht. Ha! Die Kacke! Abflug! Rückzug! Ja! Rückzug! Ich komme! Moment, vor allem dieses... Hi! Nein! Nein! Oh mein Gott! Wie unangenehm! Rückzug! Ich komme jetzt, ja? Ja! Okay, jetzt wäre ich soweit. Jetzt muss ich nur wieder landen. Bitte! Oh nein! Moment, ich muss im Flugerzug landen. Oh! Das war knapp hier hinten. Das war knapp! Guck mal! Digga, ey, was machst du? Pfeier an die... Oh Gott. Mädchen, ey. Okay, jetzt aber. Ah, das ist deine Cousine? Ah ja, ja. Ja, das ist meine Cousine. Ja, hallo! Hey! Oh! Digga! Das ist deine dritte Cousine? Das ist meine dritte Cousine. Ne, meine zweite. Das gibt gar keinen Sinn gerade. Ach so. Jo. Ah ja, schön, dass die ganze Familie da jetzt hier ist. Okay. Ich gucke deine Videos. Ah ja, das freut mich, danke schön. Oh, kann ich noch jemanden dazu holen? Ja, klar. Wen denn? Die hier? Hi! Wer ist das? Ja, genau die. Aber ich möchte noch jemanden dazu holen, ja? Ja, wer ist denn das hier vor mir? Deine Schwester. Das, das ist meine Schwester. Digga, kannst du auch nochmal? Aha. Und das hier ist meine Cousine. Die hatten wir doch eben schon. Hä? Nein, das ist noch eine andere Person. Ach so. Ja, okay. Das ist meine Mutter, nicht was? Ja, die Ache? Ne. Ja. Es kommt noch jemand, ja? Okay. Wer denn? Ja, warte, das siehst du gleich, okay? Okay. Kommt ihr immer? Seid ihr immer so zent unterwegs in S&D? Oh, ja, meistens schon. Tschüss, okay. Das reicht. Hast du Druck gemacht? Digga, die ist das. Geht, das wirst du gleich sehen. Ja. Man muss halt auch immer geduldig sein, Lena. Digga, ich wollte einfach nur so höflich die Unterhaltung kündigen. Geht, das wirst du gleich sehen. Ich denke, okay. Entschuldigung. Siehst du mich? Nein. Dann besuch mich. Okay. Machst du jetzt einen Cut? Digga! Du kannst mich doch auch gar nicht besuchen. Musst du mich doch gar nicht besuchen. Okay. Ja, ich dachte. Das war immer so geil. Ich dachte, ich versuch mich nur so. Okay, ich renne erst mal gegen die Fässer. Die Fässer sind eigen. Ich seh dich nicht. Ich will aber gerne ein Foto mit dir. Ich will aber gerne ein Foto mit dir. Was ich mit dir gemacht habe. Ich schwöre. Ich glaube, kein Mensch macht dieses, was ich gemacht habe. Das war nämlich so hart übertrieben. Aber es war einfach nur zur Belustigung dafür gemeint. Ich seh dich nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie die sich aber auch im Hintergrund da die ganze Zeit bekriegen. Der dritte Weltkrieg. Ja, hast du schon Welt gewechselt? Sonst wechselst du die Welt und besuch mich nochmal. Okay. Look out. Nein. Wieso hast du jetzt hier nicht gewünscht? Hä, hast du doch gerade gesagt. Das war doch nicht erst gemeint. Ach ja, doch. Ne, 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 ne. Das machen wir wirklich. Ich besuch dich jetzt und dann seh ich dich wieder nicht. Ne, ne, ne. Ich komm wieder. Ich bekomme sie wieder. Warte mal. Jetzt mal im Ernst. Ich seh dich wirklich nicht. Ich fliege. Wie geht das denn? Ich bin jetzt hier am Weltanfang gelandet. Wo am Spawn bin ich gelandet. Hä? Bei mir. Ja, ich seh dich. Ja, ich dich jetzt aber wirklich nicht. Das war so Karma. Warte, ich wechsel wieder die Welt. Digga, warum? Lass doch mal einfach so zu. Als würdest du mich wirklich nicht. Ach, du wolltest mich ja besuchen. Ja, komm, hau raus. Komm. Ja. Geh weg. Okay, geh weg. Bleib da, wo du bist. Jo. Ich drücke jetzt auf Visit. Jo. Lena! Lena! Jana! Digga, dieses Gebrülle. Was brüllst du eigentlich? Was machst du da? Jana. Jana. Da geh ich nicht weiter, Mann. Ey, was... Oh Mann, siehst du nicht, was ich versuche? Nee. Ja, okay. Gut, noch nicht. Scheiße, ich hänge hier fest. Jana! Oh. Ich dachte jetzt nicht. Mir ist aufgefallen, wenn du hier fliegst, ähm, und dann hier da rein fliegst, da wirst du so kummeln. Okay, Vorfeld-Effekt hat nicht geklappt. Da wirst du hier so hochtransportiert, ne Stufe höher. Flieg da mal rein. Ach, weißt du. Ach, Schatzi, das kenn ich doch schon. Oh, Schatzi. Fieber Rumpel, im Hühnerarsch ist dunkel. Hörst du mich wieder? Nee. Ich krieg gern weiter. Fieber Rumpel, im Hühnerarsch ist dunkel. 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 wie war unkel im kling du verarschst mich hier die ganze Zeit ne nur die letzte 20 Sekunden wollte ich hören was du sagst aber die Moment ich wusste das kommt das ist so lustig weißt du wie anstrengend das ist man die sing doch was anderes denkst du ich bin so kreativ ja was ich hab das auch genommen ich hab das auch aufgenommen äh kennst du mich noch der ganze Kind noch gar nicht ach so oh ich dachte ich sollte dich besuchen nein gut dann verzieh ich mich jetzt ja ja ich hab mich schon gewandert aber nur eben ein wieder zu dir gesagt ja weil ich habe nichts gemacht gar nicht ich rieche nicht nach einem fährt ich höre das nicht ich höre nur dass du das kommt in die Aut ja Mama und ich reden halt so wir haben so eine Sprache ausländisch ausländisch ja ja in die Kopfhörer keine seien ich mache die Hintergrundgeräusche aus äh äh Unterdrückung aus damit du besser hören können den Frühlein in die Leitung hallo hallo Problem ja ich sehe nicht Frühlein bitte aus meinem Zimmer gehen Frühlein soll ich dir geben nein ein dann bitte gut geben den Mauser eine eine Abendbrot und dann gehen bitte aus meinem Zimmer raus eine Ewigkeit später sehr gute sehr gute jetzt bitte lassen mir alleine mit dieser lasse bitte nicht wiederkommen wir wollen fertig machen du bitte gehen ab in die Falle ab in die Falle morgen früh aus raus aus die Feder bitte gehen bitte machen Tür zu hallo hallo äh ich bin ein Fan hä warum sagst du den jetzt nur was ja man muss ja auch irgendwie die Konversation anfangen man muss doch auch die Konversation anfangen die ganze Zeit mach das doch nicht aber was ist denn daran falsch was ist denn daran falsch müssen wir erst noch eine Gebindung aufbauen ein paar Tage erst Freunde sein okay dann lassen wir es halt dann geh ich sag doch jetzt einfach hi erkennst du mich irgendwie erkennst du mich ok 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 ich komm ja schon ich komm ja schon psch 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 tigel ok hi hallo er kennst du mich ähm ne warum wo bist du ja ja also ich hab früher mal ähm meinen Account verloren ne aha und ich bin die von früher ah okay okay was ist denn daran so lustig denn ja ich bin die von früher ah ja ja was denn ist auch so ich bin Atom Popel an 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 warum musstest du jetzt lachen wie ich den Namen noch überlege so ich bin Atom Popel Okay, nochmal! Anony! Oh, nö! Okay. Ich bin Atompopel von früher. Hör auf zu lachen. Mann! Ach so. Okay. Voll der, voll der Unterschied hier. Bist du lieber? Digga! Digga! Was geht's da noch gut, ne? Ja. Perfekt. Let's go. Okay. Moment, ich fall jetzt so richtig hier nicht rein. Hat nicht geklappt. Ach, weißt du. Was? Lass es einfach. Okay. Okay. Ach, weißt du, lass es einfach. So. Göttlich. Jetzt. Und... Oh, oder? Gigantischer Wendler. Moment, ich hör wieder nix. Wieder hier so. Sag mal was. Schmi, schna, schnappi. Schnappi, 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 schnappi. Ne? Okay. Dann nicht. Jetzt. Ja, okay. Perfekt. Mein Account wurde schon wieder gelöscht. Kann ich nochmal auf deine Liste irgendwie? Okay, aber ein Moment. Oh, nur Momento. Die macht das denn nicht. Ja. Gönn dir. Lass mich hier stehen. Kein Problem. Mach doch hauptlos Battle. Mach doch einfach hauptlos Battle. Digga. Moment. Nächste. Drachen. Hektischer weg. Stay with me.